Wir gelangen zum achten Punkt der Tagesordnung. Und beim achten Punkt der Tagesordnung geht es um das Verwertungsgesellschaftengesetz. Die Urheberrechte bei Online-Nutzung sollen neu geregelt werden. Österreich setzt dabei die EU-Richtlinie über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und Verwandten-Schutzrechten und die Vergabe von Mehrfachlizenzen für Rechte an Musikwerken für die Online-Nutzung um.